ja hallo leute und herzlich willkommen auf meinem youtube-kanal dividenden tv dein kanal für den langfristigen vermögensaufbau mein name ist david und heute geht es einmal um meine top 3 aktien für einen kauf im mai 2020 ich werde euch zeigen welche aktien ich gerade am spannendsten finde was ich tatsächlich getan habe ob ich überhaupt was getan habe aber bevor es mit dem video so richtig losgeht möchte ich euch noch darauf hinweisen ich arbeite gerade an einem neuen projekt nämlich der dividenden.tv homepage und ihr seht ja schon den countdown wir haben schon geplant dass es bald losgeht 25 tage und vier stunden sind es noch ich hoffe wir können den zeitplan einhalten einiges an arbeit steht noch an bevor es losgehen kann und ja da habt ihr jetzt natürlich noch die chance ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben oder auch auf instagram was ihr euch wünschen würdet für die homepage dann kann ich vielleicht den einen oder anderen wunsch noch einbauen und ja ich hoffe natürlich ihr freut euch genauso auf den start der homepage wie ich und seid dann auch mit dabei und jetzt starten wir aber mit dem video und bevor es losgeht noch kurzer disclaimer auf meinem kanal findet wie immer keine anlageberatung und keine aufforderung zum kauf statt und jeder muss mit seinem geld selbst entscheiden in was er investieren möchte und in was nicht ja und nun geht es auch schon los mit den drei aktien die ich euch heute vorstellen möchte ich habe eine sehr langweilige aktie mitgenommen für euch und zwei spannende aktien so würde ich das mal nennen das langweilig meine ich aber überhaupt nicht negativ denn gerade in so einer phase die wir an der börse erlebt haben ja da freut man sich sogar über langweilige aktien die nicht um 40 50 prozent ins minus gekracht sind sondern die vielleicht sogar ein kurs gestiegen sind beziehungsweise zumindest ungefähr gleich geblieben sind und ja die langweilige aktie ist johnson & johnson finde ich aktuell wieder interessant für einen kauf und dann möchte ich euch noch fact set und ecolab vorstellen die habe ich schon mal kurz angesprochen aber jetzt noch mal etwas genauer ja und starten wir auch gleich mit johnson & johnson dieses unternehmen werde ich aber nicht so lange besprechen da es da schon ausführliche videos auf meinem kanal gibt aber jetzt schauen wir uns gleich mal die unternehmenspräsentation zum ersten quartal 2020 an ja und ganz wichtig gleich zu beginn johnson & johnson ist nicht so stark von der aktuellen krise betroffen sondern die können langfristig vielleicht sogar davon profitieren denn es gibt schon einen potenziellen impfstoff der soll dann anfang nächsten jahres herauskommen da sind sie also vorne mit dabei und ja auf jeden fall ein unternehmen das sehr gut aufgestellt ist über sehr viele jahre und jahrzehnte die gewinne und auch dividenden steigern konnte und einfach eine aktie die man sich mal ins depot kauft und einfach liegen lässt da muss man sich nicht viele sorgen machen da geht es langfristig schön berg bergauf und so war es auch jetzt in der aktuellen phase da kam kein starker kursrutsch sondern es ging einfach sehr schön weiter wie immer eigentlich beim unternehmen und wir sehen im ersten quartal gab es gleich einen umsatz von über 20 milliarden us dollar und ganz interessant immer wie teilt sich dieser umsatz bei johnson & johnson eigentlich auf ja wir kennen hauptsächlich natürlich die consumer produkte und da sehen wir aber dieser teil ist eigentlich der kleinste anteil von johnson & johnson listerine neutrogena und so weiter was da alles dazu gehört die marken kennen wir sicherlich alle macht aber nur 3,6 milliarden aus vom umsatz deutlich größer sind schon die medizinischen geräte die machen schon 5,9 milliarden aus und die mit abstand größte sparte ist die pharma sparte die alleine mehr als die hälfte des umsatzes ausgemacht hat auch wieder in diesem ersten quartal und da sehen wir ja johnson & johnson sehr breit aufgestellt könnte man eben als gesundheitsfonds bezeichnen der von alex gorsky geführt wird das ist der ceo und ja jetzt möchte ich euch einfach noch die zahlen im aktienfinder zeigen ich habe johnson & johnson hier schon einmal ausgewählt und es fällt sofort auf die haben eine auszeichnung bekommen vom aktienfinder und zwar den dividendenbunker ist natürlich für uns dividendeninvestoren schon mal ein gutes zeichen aktueller kurs liegt bei 136,58 euro ein us-unternehmen im bereich gesundheit überwiegend im pharmazie wie wir gerade gesehen haben und wirklich ein sehr sehr großes unternehmen 364 milliarden euro das sind über 400 milliarden us dollar also das ist schon wirklich eine hausnummer solche unternehmen gibt es in deutschland oder österreich nicht da sind die unternehmen alle deutlich kleiner da sieht man mal wie viel so ein unternehmen tatsächlich wert ist ja die dividendenrendite liegt bei 2,58 prozent das ist ganz ordentlich nicht übermäßig hoch weil die aktie auch sehr gut gelaufen ist dividende wird viermal im jahr gezahlt und die ausschüttungsquote liegt auch bei einem sehr guten maße so ungefähr die hälfte wird ausgeschüttet auf den gewinn sind es 60 prozent auf den free cash flow sind es 52 prozent das passt alles sehr gut dividendenentwicklung ja ein echter dividendenkönig als dividendenkönig bezeichnet man einfach unternehmen die schon seit über 50 jahren die dividende jahr für jahr steigern können da gibt es nicht sehr viele davon aber ein paar gibt es doch und johnson & johnson gehört da eben dazu mit 58 steigerungen das ist schon wirklich ein sehr starkes qualitätsmerkmal über alle krisen hinweg haben sie das geschafft und sie werden es auch in dieser krise wieder schaffen die dividende weiter zu erhöhen jährlicher zuwachs der dividende liegt bei ungefähr sechs prozent sowohl auf die letzten zehn jahre als auch auf die letzten fünf jahre und hier sehen wir ja stabilität der dividende 1,0 also der beste wert den es überhaupt gibt stabilität gewinnen auch bei 0,94 und es ist einfach ein wie ich schon gesagt habe langweiliges unternehmen das aber sehr stetig wächst und genau so etwas will man doch im portfolio haben wir sehen hier in der wachstumsanalyse wie der gewinn pro aktie hier in grün von links unten nach rechts oben sehr schön ansteigt genauso die dividendentreppe hier die blauen balken jedes jahr gibt es etwas mehr aufs konto der free cash flow sieht ähnlich aus den können wir hier noch einblenden genauso der operative cash flow beim umsatz sehen wir hier auch dieser ist sehr schön angestiegen das hat sich zwar schon etwas abgeflacht aber sieht alles in allem sehr gut aus die margen auch sehr schön und 26 prozent operative marge das ist schon eine hausnummer und ja was soll man zur bilanz des unternehmens sagen eines der wenigen ich glaube nur johnson & johnson microsoft haben ein triple a rating also das beste rating von allen unternehmen die es gibt an der börse also eine sehr sehr gute bilanz genauso soll das sein aktien werden auch zurückgekauft aber alles mit maß und ziel also meistens zwischen 0 und 2 prozent in den letzten jahren jetzt sehen wir uns noch die bewertung an von johnson & johnson ja hier sehen wir verschiedene faire werte zum einen fair value kgv also verglichen immer mit dem historischen kgv mit dem historischen kcv und mit der dividende ja nehmen wir mal die faire bewertung nach der dividendenrendite her und dann sehen wir ja es entwickelt sich eigentlich sehr gleichmäßig die dividende geht nach oben genauso der aktienkurs allerdings nicht so konstant wie die dividende nein so im jahr 2009 2010 2011 da war der aktienkurs deutlich unter dem fernwert nach dividende jetzt in den letzten jahren sogar eher häufig etwas darüber wir hatten hier einen höchststand von 148 87 us dollar ende jänner 2020 dann ging es mal runter bis auf 130 us dollar ja da hätte man mal schön einsteigen können aber ja so schnell wie es nach unten gegangen ist ist es auch wieder nach oben gegangen und wir sind schon wieder bei 150 us dollar also das ist schon wirklich eine sehr sehr starke erholung man merkt eigentlich nichts mehr von der krise bei johnson & johnson vor allem weil man ja auch teilweise profitiert also kann man zusammengefasst sagen dass die das unternehmen ist jetzt aktuell kein schnäppchen mehr wir sind da etwas über dem fernwert auch wenn wir die anderen fernwerte heran ziehen würden aber dafür haben wir einfach ein unternehmen auf das wir uns verlassen können die auch in der krise dividende erhöhen erhöhen können genauso die gewinne und umsätze steigern vor allem weil es natürlich jetzt eine krise ist die die gesundheit vieler menschen betrifft da ist johnson & johnson sehr gut aufgestellt ja vielleicht etwas langweilig für viele vielleicht zu langweilig da kommen aber jetzt noch eben zwei andere unternehmen und für mich ein fixer bestandteil im portfolio ja und dann kommen wir auch schon zum zweiten unternehmen und es handelt sich um das unternehmen fact set wirklich ein unternehmen das noch potenzial hat sich zu vervielfachen behaupte ich jetzt einmal schauen wir wie es wirklich kommt wir sind da in einem stark wachsenden markt unterwegs es geht um finanzdaten und so weiter und wenn ihr euch schon mal gefragt habt ja wie bekommen denn eigentlich seiten wie finanzen punkt net oder auch der aktienfinder oder weitere finanzseiten wie eure broker zum beispiel wo kommen da eigentlich die daten her die werden ja nicht bei jedem unternehmen im geschäftsbericht suchen und dann die daten eintragen nein natürlich nicht da gibt es eben verschiedene anbieter die größten sind bloomberg oder thomas reuters und diese sind natürlich weit vorne aber auch nicht börsennotiert zum beispiel bloomberg aber da gibt es eben einen etwas kleineren anbieter und zwar facet die aber sehr stark wachsen und ja das sind zum beispiel unternehmen auch zum beispiel der torsten vom aktienfinder arbeitet mit denen zusammen also bezieht hier die rohdaten von facet und die haben es eben geschafft über sehr viele jahre jetzt sehr stark zu wachsen wir sehen es hier 41 jahre im business 39 jahre wurde der umsatz jedes jahr gesteigert und 23 jahre wurde der gewinn jedes jahr gesteigert ja und im mittlerweile zu einem global stark aufgestellten unternehmen geworden und ich finde das unternehmen sehr sehr spannend eben wegen dieser guten entwicklung jetzt können wir noch schnell einen blick werfen in einem blog beitrag von mir und ja wer sich denkt ich da gibt es ja gar keinen blog von mir der muss sich noch kurz gedulden wenn dividenden.tv online ist wird unter anderem auch blog beiträge geben zu den aktienanalysen und ja noch vieles mehr seid also gespannt ja die geschichte eben 1978 wurde facet gegründet dann 1996 an die börse gekommen und wichtig ist im jahr 2008 kauft eben facet für 63 millionen dollar die datenbank von thomas reuters und facet hat eben die daten heute das ist viel mehr wert als diese 63 millionen dollar lag eben daran dass es kartellrechtliche bestimmungen gab und thomas reuters musste diese sparte verkaufen und somit ist facet natürlich in einer sehr guten position und was hebt jetzt facet abhängig von der konkurrenz da habe ich mir auch einen bericht durchgelesen und ja da stand drinnen bloomberg ist schon eigentlich für die kunden so ziemlich das beste was es so am markt gibt und alle die jetzt mit bloomberg schon arbeiten größere finanzunternehmen die werden nur sehr schwer umsteigen die sind da zufrieden da gibt es alles vor allem wenn auch ein unternehmen mit anleihen arbeitet da ist bloomberg auch sehr sehr stark also wenn wir in den anleihenmarkt schauen und natürlich würde auch der umstieg viel geld kosten alleine alles installieren dann die umschulungskosten für die mitarbeiter und so weiter darum hat der bloomberg natürlich auch einen starken burggraben aber was hat facet jetzt für einen vorteil die sind deutlich billiger ja es hört sich jetzt nicht unbedingt günstig an wenn wir von 12.000 us-dollar im jahr sprechen für die vollversion allerdings ist das um gut 50 prozent günstiger wie von der konkurrenz also ein bloomberg terminal der kostet in der vollversion glaube ich 24.000 us-dollar er wird zwar etwas billiger wenn man ihn gleich für mehrere jahre oder so bucht aber trotzdem kann man sagen fast doppelt so teuer hat natürlich auch vorteil ja gerade für kleinere anbieter von finanzeiten und so weiter ist das natürlich schon ein nicht unerheblicher vorteil wenn man sich da 12.000 us-dollar im jahr sparen kann und somit facet auf jeden fall in einer guten nische unterwegs ja und nun schauen wir aber auch wieder in den aktienfinder wenn der schon mit den kennzahlen von facet arbeitet schauen wir uns natürlich gleich die daten zum eigenen unternehmen zu facet an und wie aktuell die bewertung aussieht ja und hier sehen wir gleich dass es sich perfekt um ein echtes qualitätsunternehmen handelt denn es wurden alle drei auszeichnungen vom aktienfinder vergeben sowohl der dividendenbunker als auch der dividenden sprinter und die gewinnrakete ja das ist schon mal ein sehr gutes zeichen spricht für die qualität von facet ein us-unternehmen wird in dem industriebereich zugeordnet marktkapitalisierung 9,4 milliarden euro und eine dividendenrendite von 1,07 prozent nun ja das ist jetzt für dividendeninvestoren die heute schon davon leben wollen vielleicht nicht so interessant für mich als investor der eher in 20 jahren davon leben möchte der kann sich so eine aktie auf jeden fall kaufen denn das dividendenwachstum ist sehr schön die ausschüttungsquote ist noch gering da ist noch viel steigerungspotenzial wie wir hier sehen ausschüttungsquote bei knapp 30 prozent sowohl auf den gewinn als auch auf den free cash flow seit 20 jahren wird die dividende jahr für jahr erhöht und das mit ordentlichen steigerungsraten auf die letzten zehn jahre 13,5 prozent die letzten fünf jahre auch noch mit fünf prozent also das sieht schon sehr ordentlich aus aber ja wie es oft so ist qualität hat auch seinen preis das kgv liegt hier schon im hohen 30er bereich also das ist schon auf jeden fall ambitioniert aber so war das unternehmen eben meistens sogar bewertet und das sehen wir uns dann noch an im historischen vergleich ja hier sehen wir auf jeden fall wie der gewinn schön nach oben schießt wirklich es geht jedes jahr kann man sagen nach oben noch schöner die umsatzentwicklung da wirklich wie an der schnur gezogen die margen gut mit knapp 30 prozent operativer marge das ist schon hervorragend und natürlich sehr gut auch skalierbar dieses geschäftsmodell abo modell auch also sehr stetige cash flows dividende sehr schön angestiegen gewinn pro aktie ausschüttungsquote immer konstant niedrig ja das gefällt mir schon sehr gut auch eine starke bilanz und ja es werden auch immer 18 zurückgekauft jedes jahr ja drei prozent zwei prozent vier prozent ja es ist auf jeden fall schon einiges zurückgekauft worden an eigenen aktien das ist für uns ja auch sehr positiv zu sehen als investoren denn unser anteil am unternehmen wird jedes jahr dann größer durch die aktien rückkäufe ohne dass wir neue aktien kaufen müssen und jetzt schauen wir uns eben noch die bewertung an zu factset und dann sehen wir ja es ist natürlich ein unternehmen das sich sehr gut entwickelt hat in der vergangenheit nehmen wir mal auch hier den fair value dividende und wir sehen ja das ist eigentlich sehr gleichmäßig mit dem aktienkurs verlaufen jetzt dann im jahr 2019 mal deutlich der fernbewertung davon gelaufen auch dann hier ende januar 2020 nochmal fernbewertung deutlich davon gelaufen und ja und jetzt ist factset doch auch deutlich gefallen im kurs aktuell auch schon wieder etwas erholt wie die meisten aktien und man kann sagen ja im bereich der historischen dividenden rendite ist das unternehmen relativ fair bewertet wenn man jetzt noch das kcv dazu nimmt ja da ist die bewertung schon etwas zu hoch genauso beim historischen kgv in der vergangenheit war das unternehmen doch etwas billiger bewertet aber hier vergleicht man eben nur immer das unternehmen mit sich selbst und ich habe es ja schon angesprochen das kgv ist schon sehr hoch aber da könnten wir jetzt auch auf den erfahrenen vom manager peter lynch hören und der würde sagen ja factset ist auf jeden fall ein unternehmen das zu den festgruern gehört und festgruern ja die kann man immer kaufen wenn die wachstumsaussichten intakt sind und man sollte nur aufpassen wenn dieser trend eben unterbrochen ist und aktuell ist auf jeden fall noch starkes wachstum vorhanden und somit ist für mich auch factset ein interessantes unternehmen das zeigt uns auch der alle aktien qualitäts score wir sehen hier gibt es 9 von 10 punkten für factset und das einzige ist das erwartete umsatzwachstum auf die nächsten drei jahre und da würde ich sagen ja mit den schätzungen bin ich sowieso immer etwas vorsichtig in der vergangenheit war das umsatzwachstum auf jeden fall sehr gut und wie ich schon vorweggenommen habe ja peter lynch würde auf jeden fall sagen das ist ein festgruern und das soll man immer kaufen wenn die wachstumsaussichten intakt sind die nettoverschuldung zum ebit nur 0,4 und bis zum vierfachen wer die verschuldung noch in einem ordentlichen maße wo zumindest bis zum dreifachen überhaupt nicht bedenklich hier im 0,4 also sehr gute bilanz und ist ein burckram gegeben ja anbieter von finanzdaten software lösungen für die finanzindustrie wird ja angegeben und abo verträge ja ich würde sagen es ist schon ein burckram gegeben denn so starke konkurrenz gibt es nicht nur in ein paar anbieter aber sicherlich nicht so ein tiefer burckram wie wir ihn jetzt vielleicht von flughafenbetreibern oder eisenbahngesellschaften die wirklich quasi nicht verdrängt werden können so etwas ist perfekt nicht aber dennoch ein sehr spannendes unternehmen ja nun kommen wir zum dritten unternehmen und zwar zu ecolab das ist der weltweit führende anbieter von technologien und dienstleistungen in den bereichen wasserhygiene und energie und ja ecolab sorgt jeden tag dafür dass die welt sauberer sicherer und gesünder wird genauso steht es auf der unternehmenswebseite im jahr 1923 bereits gegründet und wichtig hier einfach zu sehen im jahr 2011 wurde dann das unternehmen nalko übernommen hier geht es um industriewasserbehandlung und das ist heute auch ein wesentlicher teil vom geschäft und ja heute eben in 160 ländern tätig und weltweit 49.000 mitarbeiter das ist schon wirklich ein großes unternehmen aber ich denke auch noch mit viel potenzial und darum schauen wir jetzt einfach in die unternehmenspräsentation denn da sehen wir noch ein paar sehr spannende fakten zum unternehmen ja und hier sehen wir eine sehr spannende grafik aus dem unternehmensbericht ich habe schon mal kurz in einem video her gezeigt und wir sehen einfach ecolab ist in einem sehr stark wachsenden markt unterwegs wenn wir uns alleine seit dem jahr 2005 ansehen wie sich der umsatz gesteigert hat was die ganze branche betrifft da kamen wir von 39 milliarden dollar auf 130 milliarden das ist schon eine krasse entwicklung und ecolab hat einen marktanteil von 10 prozent das klingt jetzt erstmal nicht so viel aber wenn man sich das ansieht im vergleich zur konkurrenz ist das der mit abstand größte anbieter in diesem bereich also wir sehen hier ecolab eben mit 13 milliarden umsatz und alle anderen wettbewerber die sind einfach weiter hinter es gibt halt sehr viele in diesem markt das ist vielleicht für ecolab gar nicht schlecht da kann man vielleicht die eine oder andere übernahme tätigen und somit den eigenen marktanteil noch weiter ausbauen aber das ist schon beeindruckend hier zu sehen und vor allem wenn man natürlich in einem stark wachsenden markt unterwegs ist dann geht es nochmal viel einfacher hier auch mit zu wachsen und wir sehen hier schon einfach die starken jagte die interessant sind für ecolab hier geht es um food service um health care food and beverage heavy industry paper und so weiter ja also auch sehr breit aufgestellt ja und sehr beeindruckend ist auch welche kunden ecolab gewinnen konnte über die letzten jahre ja wir sehen wirklich die ganzen bekannten unternehmen die wir alle kennen apple mcdonald's marriott ab imbef coca cola starbucks microsoft disney und so weiter yum brands nestle unilever ihr kennt sicherlich die meisten von diesen marken und obwohl so starke große kunden mit dabei sind macht der größte kunde gerade mal unter zwei prozent aus vom umsatz und die top 10 kunden nur 10 prozent vom umsatz also das finde ich schon sehr beeindruckend sehr gut diversifiziert auf verschiedene unternehmen und wenn natürlich eine neue mcdonald's filiale aufmacht dann wird auch der ecolab mitwachsen und dort auch wieder für die notwendige hygienereinigung und so weiter sorgen auch in krankenhäusern natürlich es ist sehr sehr wichtig dass hier alles sorgfältig gereinigt wird höchste hygienestandards gerade bei den großen konzernen oder in krankenhäusern in pflegeeinrichtungen und ich bin mir sehr sehr sicher dass das nach der krise nicht weniger werden wird sondern natürlich also ich gehe stark davon aus dass das die hygiene vorschriften nochmal in die höhe gefahren werden und somit ecolab auch langfristig definitiv profitieren wird von der krise ja sie selbst haben so geschrieben in manchen bereichen profitieren sie in anderen leiden sie aktuell auch unter der krise aber wenn man sich da die langfristige perspektive ansieht gefällt mir das schon sehr sehr gut und sie haben eben sehr schön auch geschrieben ja die aktuelle krise ist nicht das ende der menschheit und auch nicht das ende von ecolab also auf jeden fall optimistisch dass es hier stark weitergeht ja und in der heutigen zeit ist natürlich das thema nachhaltigkeit auch sehr wichtig immer mehr große staatsfonds und so weiter wollen nur noch in unternehmen investieren die nachhaltig arbeiten und hier ist natürlich ecolab wirklich ein vorbild die haben letztes jahr alleine sehr viel geholfen wie sie hier zeigen also sehr viel wasser eingespart durch das unternehmen nalko zum beispiel greenhouse gases eingespart und ja strom generiert und so weiter millionen oder milliarden von hotelräumen gereinigt ja ihr könnt euch das selbst mal schnell durchlesen also wirklich ein unternehmen das auf jeden fall auf dem richtigen weg ist das ganze ist aber auch teuer bezahlt muss man auch ehrlich sagen das unternehmen ist auch nicht unbedingt günstig aber die zahlen sehen wir uns jetzt noch im aktienfinder an und auch hier sehen wir wieder ecolab ist ein echtes qualitätsunternehmen zwei auszeichnungen vom aktienfinder zum einen der dividendenbunker und zum anderen die gewinnrakete also auch wieder ein top unternehmen mit einer marktkapitalisierung von 50 milliarden euro ein chemieunternehmen und dividendenrendite knapp unter einem prozent 0,97 das zeigt auch schon dass vermutlich das unternehmen nicht ganz günstig bewertet ist viermal im jahr wird die dividende ausgeschüttet wie es für us unternehmen typisch ist und die ausschüttungsquote beträgt 35 prozent auf den gewinn 38 prozent auf den free cash flow seit 33 jahren kann die dividende jahr für jahr gesteigert werden also ein echter dividenden aristokrat auch für uns dividendeninvestoren natürlich toll wenn wir sehen jedes jahr wird die dividende gesteigert und das auch ganz ordentlich die letzten zehn jahre mit 12 prozent die letzten fünf jahre mit 8 prozent stabilität der dividende 0,97 stabilität des gewinns 0,96 also gar noch höher wie bei johnson & johnson ja wirklich ein qualitätsunternehmen genauso sieht das natürlich dann auch in der wachstumsanalyse aus wir sehen auch sehr schön von links unten nach rechts oben steigt hier der gewinn pro aktie hier nicht von der payout quote beeindrucken lassen warum das so stark nach oben und nach unten geht hier sind 29 prozent hier 40 also eigentlich die schwankung ist nicht sehr groß und ja wir haben es hier auf jeden fall mit einem sehr stark und konstant wachsenden unternehmen zu tun und umsatz sehen wir hier einen starken sprung im jahr 2011 das hat mit der nelco übernahme zu tun und ja konstante margen von knapp 15 prozent operativer marge das ist schon wirklich ein tolles unternehmen aktien werden teilweise zurückgekauft aber nicht sehr viel da wird eher das geld in die zukunft des unternehmens gesteckt in übernahmen und so weiter und jetzt sehen wir uns noch die bewertung an ja und hier sehen wir auch hier war mal eine gute chance zuzuschlagen in der vergangenheit war meistens der faire wert und der kurs ungefähr auf gleicher höhe zumindest der faire wert dividende dann ist der kurs mal kräftig davon gezogen ende 2019 und auch im ende januar 2020 noch sehr hoch der kurs doch dann sogar unter den fernwert dividende und auch auf den fernwert kgv ungefähr gekommen zurückgekommen da wäre eine gute chance gewesen aktuell sind wir auch bei ecolab schon wieder fast auf dem niveau vor der krise und ja ich finde die märkte sind da jetzt etwas rationaler geworden natürlich sehr starker einbruch das war vielleicht übertrieben doch jetzt sieht man ja ecolab die leiden vielleicht gar nicht so stark unter der krise in manchen bereichen werden sie langfristig sogar profitieren und darum sind wir schon wieder deutlich höher auch hier ein kgv im hohen 30er bereich also ja das wachstum und das tolle unternehmen wird natürlich teuer bezahlt war auch in der vergangenheit meist relativ hoch bewertet was das kgv betrifft das muss jeder für sich selbst entscheiden ähnlich wie bei facet ob das unternehmen etwas für einen ist wenn ja dann würde ich das einfach ins depot legen und einige jahre oder jahrzehnte warten dann denke ich habe man sehr gutes geld mit diesen 18 verdient ja und zum schluss natürlich noch die frage was habe ich jetzt aktuell getan im letzten monat oder habe ich jetzt geplant für die nächsten wochen ich habe jetzt eigentlich mal nichts getan ich habe im jahr sehr stark eingekauft bei vielen unternehmen da habe ich ja auch ein eigenes video dazu gemacht jetzt aktuell da die kurse schon wieder so stark angestiegen sind habe ich mal nichts mehr nachgekauft ich warte mal vielleicht geht es noch mal etwas runter vielleicht auch nicht aber jetzt kann man ja die cash position mal wieder etwas aufbauen da ich da schon mehrere monats sparpläne sage ich jetzt mal da investiert habe im märz und darum muss ich jetzt nicht unbedingt sofort einsteigen schauen wir mal was da noch kommt ich persönlich weiß es nicht vielleicht haben wir das schlimmste schon gesehen vielleicht kommt noch mal was der warren buffett war ja auch sehr vorsichtig bei seiner hauptversammlung hat er gesagt alle airline aktien verkauft und nicht wirklich große deals abgeschlossen auch nichts ordentliches gefunden anscheinend ja darum sollte man vielleicht auch noch ein bisschen cash auf der seite haben das schadet sicherlich nicht aber auch wenn man bei diesen unternehmen einsteckt die werden langfristig von der krise vielleicht sogar profitieren und somit denke ich auf jeden fall dass das drei sehr spannende unternehmen sind jetzt interessiert es mich natürlich was haltet ihr von den drei unternehmen habt ihr vielleicht das eine oder andere schon im depot drinnen oder auf der watchlist und wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben und auch ein abo da und gerne in die kommentare schreiben erstens was ich bei der webseite dividenden punkt tv alles noch machen könnte und natürlich auch das feedback zum heutigen video interessiert mich ja immer was ihr davon haltet was könnte ich da in zukunft noch besser machen und ja ich freue mich auf jeden fall schon wieder aufs nächste video bleibt gesund und macht's gut bis zum nächsten mal